Wir haben das Jahr 2020 und Maskenpflicht macht Sinn, denn ansonsten könnte diese Veranstaltung nicht stattfinden. Hier ist Heiko, grüß dich Heiko. Hallo, guten Morgen. Wie man sieht, schafft man mit 12 Meter Gesamtlänge schon einiges. Trotz des großen Sportwagens, der wirklich groß ist, haben wir... Der ist groß. Ja, der ist groß und lang. Und trotz dieses Fahrzeugs haben wir im Schlafraum volle Stehhöhe. Leicht anlehnen und zumachen. Ich muss auch diesen Mechanismus feiern. Hast du was gehört? Eben nur so einen kleinen Motor. Warte, auf und zu nochmal. Ich war jetzt ganz nah dran übrigens. Man hört gar nichts. So soll es sein, genau. So, wir gehen mal rein. Den kompletten Film seht ihr auf dem YouTube-Kanal German Television. Abonniert den Kanal, um täglich mit den neuesten Wohnmobil- und Technikvideos versorgt zu werden.